Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Heute jogge ich wieder. Das Wetter ist gerade ein bisschen pissig. Regnet zwar nicht direkt gerade, aber es kann sein, dass hier jetzt halt losgeht. Und wie weit ich heute komme, sehen wir nach dem Intro. So, piu piu. Eigentlich laufe ich ja bei Regenwetter recht gerne. Weil das irgendwie so geil ist, wenn es ein bisschen durchs Gesicht läuft. Nur bei Regen. Und heute hoffe ich, dass es noch ein bisschen anfängt zu regnen. Momentan nicht so sehr. Aber wir gucken mal. Ich habe aber nicht vor, so lange zu laufen heute. Denn ich will ja noch in meinen Trainingskeller für ein paar Übungen. Und dann laufe ich mal so eine halbe Stunde. Halbe Stunde, 35 Minuten, vielleicht 40. Und dann gucken wir mal, dass ich mich in meinen Trainingskeller wieder mache. Also, ich schaue euch auf dem Laufenden. Es geht weiter. Immer weiter. Immer weiter. So circa 25, 26 Minuten bin ich jetzt schon gelaufen. Heute ungefähr 5 Minuten, bis ich zu Hause bin. Und dann gehe ich nochmal in meinen Trainingskeller und finalisiere das heutige Training. Hört sich bescheuert an. Ist aber so. Laufen ist für mich einfach nur so, dass ich es halte. Dass ich nicht schwächer werde läuferisch. Aber Training im Keller macht gerade mehr Spaß. Und deswegen schließe ich das damit ab heute. Wir sehen uns dann im Keller. Nun bin ich in meinem Trainingskeller. Ich mache jetzt noch ein paar Übungen. Bevor ich die Übungen anfange, ziehe ich mich erstmal aus. Aber die Musik kann schon mal starten. Pew! Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, das war mein Training für heute. Bisschen Laufen, bisschen Übung, gut ins Schwitzen gekommen, fühle mich gut kaputt. Ja, ach so, manche sagen ja, du zeigst immer nur 10 Sekunden von den Übungen. Sind das wirklich nur 10 Sekunden? Nee, natürlich zeige ich nicht die komplette Übung. Das sind dann 1-2 Minuten insgesamt und die komplette Übung zu zeigen. Manchmal sogar 3 Minuten, manchmal sogar 3 Minuten, mehrere Sätze und der ganze Käse. Aber das zeige ich natürlich nicht alle. Ich zeige nur exemplarisch 10, 15, manchmal 20 Sekunden von einer bestimmten Übung. Ja, so viel dazu. Also, cheerio mit Sophie. Das könnt ihr jetzt alles nachmachen. Jede einzelne Sache, bis auf den Roller vielleicht. Der Roller, den müsst ihr haben. Aber jede einzelne Sache außer dem Roller könnt ihr nachmachen. Könnt ihr für euch selbst machen, soweit wie ihr kommt. Also, Runde vom Sofa, Sport machen. Ich zähle auf euch. Also, cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.